Kameraden, wir schreiben das Jahr 1946. Der zweite Weltkrieg überzieht ganz Europa. Deutschland hatte durch die überlegene Kriegsmaschinerie von General Wilhelm Strasse, auch bekannt als Totenkopf, die Oberhand im Krieg erlangt. 14 Jahre später, im Jahre 1960, war der Krieg vorbei. Deutschland hatte den Endsieg errungen und regierte die Welt nun mit eiserner Hand, wie sein Captain BJ Blazkowitsch, einer der letzten Widerstandskämpfer mitten in Berlin. Mir gefallen diese alternativen Kriegsszenarien sehr, sehr gut. Das ganze Spiel durchzieht einen roten Faden, genauso wie in jedem Level immer wieder Hinweise auf zukünftige Ereignisse gegeben werden. Haben sie Lust auf Mondcafé? Werden sie jetzt Mondsoldat? Diese Hinweise in Form von Postern, Plakaten, Zeitunterschnitten oder Tagebuchanträgen sind zusätzlich elementar wichtig, um die Story besser verstehen zu können. Schließlich liegen wir nach dem Prolog 14 Jahre lang im Koma und müssen erst mal verstehen, was in dieser Zeit passiert ist. Zusätzlich dazu gibt es noch eine umfangreiche Informationssammlung zu Tagebucheinträgen, Personen, Gegnern und Sammlergegenständen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass der Maschinensoldat von 1946 mit Chemie vollgepumpt, in seinem Körper jede Menge Stahl verbaut und sein Gehirn auf ein primitiveres Stadium zurückgedegeneriert wurde? Nur eines der unzähligen detailreichen Erzählungen rund um das Spiel. Das Storytelling insgesamt wird aber ein wenig gebremst, da es teilweise sehr harte Zeitsprünge gibt. Wenn sie auf dem Mond angekommen sind, müssen sie ihre Ausrüstung aus dem Gepäckbereich holen und dann die Entschlüsselungscope suchen. Von der Ermordung des Professors bis zum Raketenflug auf dem Mond in unter zwei Minuten. Außerdem scheint unser Protagonist ein Superheld zu sein. Egal ob Zusammenstöße mit Flugzeugen, Granatsplitter im Kopf und das damit verbundene 14-jährige Koma oder diverse Explosionen. Alles egal. Wir stehen wieder auf, schütteln uns einmal kurz und machen dann weiter mit der Nazi-Jagd. Dieses Spiel hat es wirklich geschafft, mich phasenweise in seinen Bann zu ziehen. Es zeigt sehr beeindruckend, wie eine Welt unter den Nazis hätte aussehen können. Ich hatte mich wirklich schwergetan im Stream, nicht jeden Fetzen zu lesen und nicht jede Ecke zu schauen, um ja nichts zu verpassen. Und egal, ob es die Brutalität in dem Gefängnis Eisenwald war, in dem ich kurz innehalten musste, als ich sah, wie diese Leute behandelt wurden, oder das eben in dem Konzentrationslager beobachten musste. Maschinen Games und Bethesda haben hier unglaublich gute Arbeit geleistet, den Spieler dieses Spiels möglichst intensiv erleben zu lassen. Ganz zu schweigen von der stetigen Angst im Nacken, hinter jeder Ecke sehr gefährlichen Gegnern oder dem Panzerhund zu begegnen. Was natürlich sehr, sehr cool ist, ich aber erst bemerkt habe, nachdem ich das Spiel durch hatte. Dieses Spiel hat jede Menge Easter Eggs. Zum Beispiel in der Halle, in der die geklauten Helikopter stehen, steht ein riesiges Fallout World. Und natürlich der maskierte Gitarrenspieler, der, als das Versteck gestürmt wurde, die amerikanische Nationalhymne durch ganz Berlin erklingen lassen hat. Maximaler Gänsehautmoment. Dieser Gitarrenspieler soll niemand geringeres sein, als Jimi Hendrix. Es gibt bei Wolfenstein The New Order fünf verschiedene Schwierigkeitsgrade. Es geht von sehr leicht bis irrsinnig schwer. Tatsächlich empfand ich aber Mittel schon als sehr fordernd. Ich würde mich hier als Casual Player betiteln, da meine Kernkompetenz nicht den Ego-Shootern liegen. Die Bosslevel sind ausdauernd, aber grundsätzlich machbar, da jeder Gegner für sich immer ähnliche Abläufe hat und man sich so seine Taktik zurechtlegen kann. Wolfenstein ist ein klassischer Shooter. Keine überladene Steuerung, aber futuristische Waffen, die immer wieder im Spielverlauf aufgewertet werden können. Eine freie Speicherfunktion gibt es nicht. Jedoch wird nach jedem Abschnitt ein Speicherpunkt gesetzt, ab dem man jederzeit wieder einsteigen kann. Das hat aber auch seine Nachteile, da man Cutscenes nicht überspringen kann. Wenn du also an einer kliftigen Stelle immer wieder stirbst, musst du dir die Cutscenen immer wieder anschauen. Die einzelnen Levels sind sehr linear aufgebaut. Das macht auch Sinn, da man sich eher auf das Ausschalten der Feinde konzentrieren muss, statt auf das Suchen des Ziels. Das Ziel bzw. die Zielmarkierung ist in diesem Spiel nämlich nicht besonders gut hervorgehoben. Nicht besonders gut hervorgehoben sind meiner Meinung nach auch die Bosskämpfe. Es gibt leider keine Lebensanzeige und du kannst schlussendlich nicht sagen, ob deine Taktik überhaupt zielführend ist. Man kann sagen, dass Wolfenstein The New Order ein rundum sehr gelungenes Spiel geworden ist. Tolle Grafik, viel intensive Story, ein klasses Szenario und interessante Persönlichkeiten, die man kennenlernt. Die Steuerung ist einfach und sehr intuitiv. Als Casual-Spieler hat man hier keine Probleme, den Anstieg zu finden. Allein die Punkte der unauffälligen Zielmarkierung, der undurchsichtigen Bosskämpfe, die krassen Zeitsprünge und die schiere Übermenschlichkeit unseres Protagonistens sorgen hier, dass der Spielflow immer mal wieder ins Stolpern kommt. Deswegen vergebe ich für Wolfenstein The New Order 4 von 6, du kriegst die Tür nicht zu Punkte. Und nun bitte ich euch wieder um eure Meinung. Gebt ihr mir recht, würdet ihr die Sachen anders bewerten? Wie fandet ihr das Video allgemein? Schreibt das alles gerne in die Kommentare. Lasst doch gerne ein Like da und teilt das Video mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal. Euer Beritz macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiederhören.